Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung, in der wir uns mit dem Thema Frittieren und Gesundheit beschäftigen. Wir alle wissen, dass frittierte Lebensmittel nicht gerade zu den gesündesten Optionen gehören. Aber gibt es Unterschiede in der gesundheitlichen Auswirkung, je nachdem, welche Fritteus man verwendet? Heute klären wir diese Frage. Ja, das ist eine interessante Frage. Zunächst einmal sollten wir klarstellen, dass frittierte Lebensmittel, unabhängig von der Fritteusenart, generell nicht als gesund betrachtet werden. Der hohe Fettgehalt und die oft verwendeten Öle machen sie zu einer kalorienreichen und weniger nährstoffreichen Wahl. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber gibt es trotzdem Unterschiede zwischen einer normalen Fritteus und einer Heißluftfritteus, wenn es um die gesundheitlichen Auswirkungen geht? Absolut. Es gibt tatsächlich Unterschiede. Eine normale Fritteuse verwendet zum Frittieren große Mengen an Öl, oft bei sehr hohen Temperaturen. Dies führt dazu, dass das Lebensmittel viel Öl aufnimmt, was den Fettgehalt und die Kalorienzahl erheblich erhöht. Zudem können beim Erhitzen bestimmte schädliche Stoffe entstehen, insbesondere wenn das Öl überhitzt oder mehrfach verwendet wird. Das klingt nicht gerade gesundheitsfördernd. Und wie sieht es mit der Heißluftfritteuse aus? Bei einer Heißluftfritteuse wird das Lebensmittel durch heiße Luft zubereitet, oft mit nur einem kleinen Spritzer Öl. Das bedeutet, dass weniger Öl verwendet wird und das Lebensmittel weniger Fett aufnimmt. Zudem sind die Temperaturen in der Regel niedriger als BI einer normalen Fritteuse, was das Risiko der Bildung schädlicher Stoffe verringert. Das klingt schon viel versprechender. Gibt es noch weitere Vorteile der Heißluftfritteuse aus gesundheitlicher Sicht? Ein weiterer Vorteil der Heißluftfritteuse ist, dass sie das Lebensmittel von allen Seiten gleichmäßig gart, ohne dass man es wenden muss. Das führt zu einer gleichmäßigeren Bräunung und Textur, ohne dass es zu öligen Stellen kommt. Außerdem ermöglicht die Heißluftfritteuse auch die Zubereitung von frittierten Lebensmitteln mit weniger Fett, was zu einer reduzierten Kalorienaufnahme führen kann. Das sind definitiv überzeugende Argumente für die Heißluftfritteuse. Gibt es abschließend noch etwas, das Sie unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchten? Trotz der Vorteile der Heißluftfritteuse ist es wichtig zu betonen, dass frittierte Lebensmittel immer noch reich an Kalorien und Fett sind. Sie sollten daher in Maßen genossen werden, auch wenn sie in einer Heißluftfritteuse zubereitet werden. Es ist immer eine gute Idee, eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse und Vollkornprodukten zu bevorzugen und frittierte Lebensmittel als gelegentlichen Genuss zu betrachten. Vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Es ist wichtig, informiert zu sein und bewusste Entscheidungen für unsere Ernährung zu treffen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung dabei geholfen hat. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal! Und vielen Dank an Melanie! Abonnieren Sie diesen... Abonnieren Sie!